Ich befinde mich da jetzt in Potschach, in der Nähe von Ternitz. Da wurde 1946 der sogenannte Russenfriedhof angelegt. Heute haben wir den 31. Oktober 2017, morgen ist allerheilig und wir wollen jetzt den Friedhof besuchen. Wir gehen da jetzt zu den vergessenen Sälen des Zweiten Weltkriegs. Da geht's auf. Der Friedhof wurde im April 1946 fertiggestellt. Über 260 russische Methoden sind da begraben. Die Stadtgemeinde Ternitz hat da schon ganz niedergelegt. Da noch einmal das Denkmahl ganz nahe. 1941 bis 1945 gefallene. Semmeringgebiet waren ja schwere Kämpfe. Bis am 8. Mai 1945. Reihe um Reihe. Da noch einmal ein Schwenk über die Grabsteine. Da noch einmal ein Schwenk über die Grabsteine. Ich kann es leider nicht lesen. Aber ich finde, so etwas gehört erhalten. Es ist Geschichte. Natürlich werden wir demnächst auch den Soldatenfriedhof am Semmering besuchen. Vielleicht nur heute. Schauen wir, wie es reicht. Wurden auch massive Steinbänke angelegt. Zum Verweilen. Ich stehe mich stolz aufgereiht. Wenn wir da jetzt über den Zaun schauen. Da sieht man zur Wache aufgestellt. Ein Lafetten. Kanon. Doch einmal. Und im Hintergrund. Das Mahnmal. So. Und weiter geht's. Wir werden jetzt schon am Semmering. Am Soldatenfriedhof. Oh na, das ist eigentlich schon. Und wieder. Oua. allora hier. Wie Marcel. Wir werden das einfach Alzheimer.